Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nachdem man sein Eigenfleisch und Blut verloren hat, ist man nicht mehr derselbe. Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Es war knapp, aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war nur einer von vielen. Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Elend zu wirken, seit Sarah, seine Tochter, getötet wurde. Er sank so tief, wie ein Mann nur sinken konnte. Parasite war alles? Na komm schon! Schrecklich mit anzusehen, wie ein Mensch so stark abbaut. Insgeheim hoffte ich, dass diese Mission ihm wieder auf die Beine öffnete. Wir brauchten ihn. Er war der Beste für diesen Job. Ersworth, ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten. Ersworth, ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten.